ja guten morgen zusammen ein kleines kurzes video noch mal von mir heute mal aus besonderem anlass weil es genau das zehnte ist möchte ich einfach mal gerade ein paar leuten danken für die unterstützung für inspiration für das weiterhelfen dass ich im kleinen kanal überhaupt machen konnte und dass das alles gut klappt da wären erstmal ein paar streamer und zwar in alphabetischer reihenfolge einfach mal weil ich keinen vorziehen möchte da haben wir die alicia abendstern da haben wir natürlich den beutel da haben wir den einzig batik den fenrier und natürlich den onkel eifel die mir wirklich mit rat und tat und inspiration zur seite gestanden sind und deshalb noch mal danke an euch da waren auch andere leute die beim hintergrund geholfen haben wie zum beispiel auch der george mit der technik auch der shell wenn hat mir geholfen der hat mir vor allem auch beim bauen sehr geholfen mit material und allem und ja deshalb nur dieses ganz kleine kurze dankeschön und ich werde nicht weitermachen und wir werden viele sachen auch sicherlich mal zusammen machen oder machen wir auch immer wieder mal ja und bleibt bleibt dabei bleibt auch bei den anderen dabei und ja habt spaß